Einen wunderschönen guten Abend, liebe Super-Suppies, hier ist der Fluppy im Schlafanzug praktisch mit dem Otaydo. Hallo Otaydo. Hi, hallo. Von dem berühmten Zockerdudes. Wir sind auch noch wach hier in der Diablo 3 Nacht und wollten nur gerade spontan ein Video machen. Nicht, um uns lustig zu machen, um Gottes Willen. Nein, wir würden schon. Nicht, wie der Silentcast hier, der auch sagt, ich spiele heute nicht mehr, ich spiele erst in zwei Tagen. Worum geht es? Natürlich, Ansturm, Diablo 3, viele stehen in Berlin sogar noch im Alexa bei der Eröffnungsparty, um ihre Kopie zu bekommen. Hoffentlich haben sie genug CDs da. Und die Server waren natürlich, wie man eigentlich hätte erwarten können, um 0 Uhr natürlich nicht ready für 30 Milliarden Menschen, die das Spiel spielen wollten. Und sind abgestürzt. Hätte man eigentlich denken können, oder? Ja, ich denke schon. Also wenn da Millionen Leute gleichzeitig versuchen, auf die Server zu verbinden. Hier sehen wir zum Beispiel einen Error 37. Fehler 37 scheint wohl sehr prominent zu sein. Und wir haben uns überlegt, wie gesagt, nicht um euch zu verarschen oder so. Aber vielleicht wollt ihr euch erinnern an diesen Tag mit diesem hübschen Shirt. Scheiß auf Fehler 37. Wenn ihr also wollt, das ist natürlich nur ein Gag, dann könnt ihr euch dieses Shirt kaufen und vielleicht morgen drüber lachen. Und dann sollten ja die Server auch wieder da sein. Und dann geht es los mit Diablo 3. Wir werden es auf jeden Fall auch natürlich thematisieren bei den Super-Suchtis. Dann allerdings mit der charmanten Stimme von dem jungen Mann hier. Wo haben wir ihn denn? Silent Cast HD. Geht auf seinen Kanal und abonniert ihn schon mal. Da wird auf jeden Fall Diablo 3 kommen. Und natürlich auch bei den Super-Suchtis. Das ist ein kurzes Video. Und ich sage, für alle, die jetzt noch warten und weitermachen wollen, eine schöne Nacht noch. Ich gehe jetzt ins Bett. Morgen ist auch noch ein Login-Tag. Ich gehe jetzt ins Bett.